Innerhalb des Gesundheitsmarktes ist die Medizintechnikindustrie ein stark wachsender Bereich mit hohen Margen. Dennoch sehen wir für die Branche Herausforderungen. Markt und Kunden Von Medizinprodukten zur Verfügung gestellte klinische und technische Daten gewinnen zunehmend an Bedeutung. Der Markt erfordert interoperable digitale Produkte und eine verbesserte Konnektivität. Weitere Herausforderungen sind die sich verkürzenden Produktlebenszyklen, sinkende Margen und verschwimmende Grenzen zwischen medizinischen Produkten sowie Gesundheits- und Lifestyle-Produkten. Um diese Herausforderungen zu meistern, hilft eine strategische Planung des Produktportfolios. Dies schließt regelmäßige Updates und Upgrades für Hard- und Software ein, wodurch eine Verkürzung der Release-Zyklen erzielt wird. Unternehmen sollten sich dabei auf die Kundenbedürfnisse fokussieren. Über die gezielte Erweiterung des Portfolios um digitale Dienste können Kunden-Login-Effekte geschaffen werden, welche sich in ein Ökosystem mit maximaler Datenverfügbarkeit einbetten.